Ja, jetzt hab ich ihn aber volle Pulle. Schön sitzt er da drauf. Das ist ein ganz anderer. Kannst du mir das mal klären? Die Blume gibt ja gar nicht nach. Da drunter ist er ein Kolibri. Ja, klar, klar. Da stört sie gar nicht. Jetzt sitzt er oben rechts und der andere links. Schön.